Dandy hat gesagt, irgendwas zu deinem Mountain muss schon aufgehauen sein und... Ist das ein... Bot? Hä? Ist das ein Bot? Hallo! Hallo? Hi! Ich dachte, du wirst dann wohl irgendwie nicht da sein. Yeah, Buffalo, was geht? Guck mal ab, Alter, wir haben hier mal neue krasse Sachen. Ja, wir haben richtig krasse Sachen, aber was ist das hier? Ähm, hier steht auf jeden Fall YouTube, hier sind Pfeile, Löcher, ähm, kannst du auch denken, was das hier ist? Ist das etwa, äh, wähle nicht das falsche YouTuber-Loch? Kann gut sein, oder? Das kann auf jeden Fall sein, ich bin, äh, ja, hundertprozentig. Hab ich hier noch Winken? Ja, genau, ich hab hier noch Winken. Hallo! Und freut mich mega, dass ich heute eingeschaltet habe. Aboiniert den Kanal und aktiviert den Kanal, kommt auch kein Video mehr zu verpassen, schreibt ein liebes Kommentar und klickt mir doch mal um. Okay, ähm, jetzt ist die Frage, wo gehen wir zuerst rein, weil hier sind keine Bilder von euch in YouTube, gar nicht. Wir müssen dann wirklich blind, äh, auswählen. Komm, da oben ist es grün? Zeig mal. Ja, wenn du runterguckst, ist hier grün? Ja, grün könnte ich sein, könnte Chaos sein, alles Mögliche sein. Ich würde sagen, wir fangen einfach von links an, oder? Ganz normal, wie man es sonst auch macht. Genau, wir fangen mit der Buffalo-Fahrbahn an. Und Reiner, Dandy, los! Ey, wolltest du mich reinschlupsen? Geh doch selber rein! Ah! Wow! Dandy, komm mit! Wow, okay, okay, da ist ne Treppe zum Glück, ich dachte schon, weil, äh, den Fall hätten wir nicht überlebt. So, Flittermäuse sind hier. Äh, Flittermäuse sind keine YouTuber. Wow! Okay, was geht ab, okay? Yeah, was geht ab? Oh, es ist so dunkel gerade, also, okay. Wer erstes die Wand probiert, gewinnt das Spiel auf die Plätze, fertig, los. Oh, nein, ich, guck mal, er hat uns, ich hab, er hat uns blind gemacht. Oh, okay, 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 okay. Das ist schwerer als Wartenmann. Oh, nein, ich sehe gar nichts. Ach, du Heilige, das ist nicht schwer. Ähm, von jeder Powerball für eins. Oh Gott, ist das schwer, Leute? Ja, das ist richtig schwer. Okay, das ist schlau. Ähm, pack, du Heilige. Orange hab ich, dann nehm ich noch Kifabe mit, grünbräu genug, okay, dann fang ich mal an. Orange, blau, okay. Äh, boah. Orange. Blau. Nein, ich hab mich verbaut. Denk die, die ist echt schnell. Kannst du mir erzählen, oder? Nee, eigentlich nicht, aber ich kann, ein gutes Gedächtnis buffeln, das ist halt das Ding. Ähm, Gott, hab ich die Farbe überhaupt? Gelb, grün. Warte, das. Gelb, grün. Boah, alter, ich hoffe, ich schaffe das vor dir jetzt fertig zu machen. Ich weiß, das ist aber auch gar nicht. So. Dann orange. Gelb. Lila. Nein, für blau. Gelb. Lila. Blau war das? Boah, ist das schwer. Das ist richtig schwer. Wer sich das auch immer ausgedacht hat. Hä? Ich hab mir das nicht merken, Leute. Äh, babyblau, gelb. Oh, die Farbe noch. Babyblau, gelb, orange. Äh, blau, orange. Und, zack, dann hab ich das schon mal fertig. Dann die Farbe. Und Gelb. Und der fertig. So, ob du gleich fertig bist. Fertig! Wir fertig. Meine Blindheit ist auch jetzt gerade weggegangen. Ja, ich kann das auch wieder sehen. Er hat wirklich gewonnen. Aber wir gucken, ob du Fehler gemacht hast. Äh, ich hab's halt spiegelverkehrt gebaut. Aber sonst? Nee, passt ja. Ich hab' ja genau so gebaut. So. Das sieht richtig aus. Safe ist das richtig. Natürlich ist das richtig. Du hast gewonnen. Ich glaube, du darfst jetzt dir den Gewinn rausnehmen. Ich fang erstmal die Börse weg. Okay. Ok, ich nehme jetzt mal den Gewinn raus. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Weil ich hab gewonnen. Okay. Das sind zwei Null-Geräte. Ach, nein. Komm, ich geb dir einen. Ja, ich bin Superman. Ich bin super, weil ich fliege. Ihr könnt beide fliegen. Wow. 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 So, ich bin wieder hochgegangen. So, ich möchte jetzt in das nächste Lot. Alter, wie geil. Wir können einfach fliegen, obwohl wir im Survival-Modus sind. Das ist cool. Ja. So, ich würde mal sagen, wir gehen. Lass uns, nein, nein. Lass uns mal in das Gelbe reingehen. Okay. Machen wir ein bisschen halt auch anders. Ja, ein bisschen anders. Nicht immer nach Reihenfolge, Leute. Geh euch mal ein bisschen durcheinander. Würde ich mal sagen. Okay, Leute. Jetzt geht's aber richtig ans Eingemachte. Äh, Alpha-Stein? Äh, Alpha, warte mal. Guck mal, man muss richtig auf ihn. Meistert meinen Parcours. Hä-hä. Beste Belohnung erwarte ich am Ende. Ja, der macht ja immer so hä-hä. Okay, Gold darf man wahrscheinlich wegen, äh, Fire Resistance, ne? Ja, genau. Hä-hä. Aber wir dürfen nicht cheaten mit unserem Flugding. Ja, hallo. Ey, ich hab da was gehört. Ey, du bist geflogen! Hallo, nein, du bist geflogen. Du bist runtergefallen. Du bist runtergefallen. Nein, du bist geflogen und hast, du bist geflogen und hast, ne, ich bin hier. Ich hab das fair geschafft. Nein. Jetzt haben wir den Leuten auch gesehen. Hey, geh mal. Okay, ich geb Barbie zurück, aber das ist wirklich, du bist geflogen. Mach her! Ach, Gott. Du bist runtergefallen. Du schwimmst zurück. Ah, okay. Wieder zurück. Deswegen ist auch dieser, dieser Feuereffekt ist auch so nervig. Ja, schon. Weil man... Ich wollte die grad hauen. Nicht hauen, okay? Okay, 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 okay. Ich hoffe, du fällst eh einmal runter. Ich fäll eh safe. Nein! Das kann doch nichts sein. Warte, von vorne. Was machst du da? Okay, okay, von vorne. Okay. Hey. Was soll das? Nein, ich dachte schon, beide Strüge so weit machen. Nee, nee. Wie du dich beidest. Ach, nö! Ach, man! Leute, ich möchte mich beid. Ich möchte den... Die beste Belohnung haben, glaube ich. Wir machen ab jetzt so, wenn wir runterfallen, dürfen wir an dem Punkt, wo wir runtergefallen sind, wieder hoch. Okay. Damit es auch wirklich hier mal vorangeht. Natürlich, wir wollten ja auch ein Ende finden, oder? Ich sag's jetzt in einer der schwersten Jump Runs, die ich bis jetzt gemacht habe. Ey, du hast nicht runtergeschubst. Nee, hab ich nicht. Also ich... Ja! Ey, du hast gecheatet. Nein, hab ich nicht. Oh, guck mal, hier war ein Zauberstab drin. Sag mal. Oha! Oha, wie krass. Lass uns das mal nach oben gehen. Mann, das war echt knapp. Ich hätte das eh nicht schaffen können, aber naja, gut. So, ich hab mal gestanden. Warte, ich mach mal den... Wo bist du? Wow, warte. Pass auf, nicht, dass unsere Minecraft-Stadt kaputt geht. Ach, du Heilige. Ähm. Buffalo, wollen wir das nicht lieber wegmachen? Was ist das? Das wird unsere ganze Stadt kaputt machen, glaube ich. Uns aufsaugen. Ich hab ein bisschen Angst. Ähm. Ich hab ein bisschen Angst, Buffalo. Hast du ein Backup von der Stadt gemacht? Ich hab diese dann gleich weg. Da standst du Zombie-Ambokal, du bist da. Okay, gut. Wir haben Glück gehabt. Boah, du Heilige. Wir sind glaube ich gerade in Peaceful. Ja, ich hoffe, wenn ich jetzt Difficulty 1 mache und du das da machst, dann kommt dir so eine richtige Zombie-Armee. Hab ich das mal gemacht? Ja, ja, ja. Okay, damit du mal wirst, was da für eine Zombie-Armee kommt. Ja. Tatsache. Ja, ist doch eine Zombie-Armee. Gut, das ist halb so wild. Das ist halb so wild. Das ist halb so wild. Das sieht cool aus. Ja, das sieht mega cool aus. Guck mal, die lassen mich in Ruhe. Die lassen mich in Ruhe. Die greifen dich an. Die sind fast aus meiner Armee. Ja. Weil du die beschworen hast. Oh, krass. Aber die gehen hier drauf wegen der Sonne. Ja, ja. Das macht doch wahrscheinlich noch mehr. Das ist doch irgendwas, was die nicht weiß, was das ist. Festes Maus. Was machst du da? Blitze? Ich probiere dich mal zu treffen. Ja, mach zwei Herzen. Mach zwei Herzen, okay. Und was ist das? Wow. Schneesturm. Wow. Das ist ja mega nice. Wow, ich will jetzt auch mal eine geile Belohnung. Was soll das? Ist doch was? Was? Ein... 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 Ein Schmikan? Guck dir mal an, wie cool der aussieht. Der sieht mega cool aus. Alter. Aber ich will jetzt auch eine Belohnung, Buffalo. Kann doch nicht sein, dass du alles gekriegst. Was war das? Oh Gott. Macht der Schaden? Wie viel Schaden macht der? Der macht wohl viel Schaden? Nö, ich flieg mal weg. Okay, ich muss auch was ich erst mache. Okay, Buffalo. Also, wohin gehen wir als nächstes? Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt in dieses... In diesem Jahr. Aber... So. Was ist? Wenn ich hier mal was raus... Oh, lass mich jetzt erst runtergehen. Ich hab hier diesen Blitzschraub. Okay, geh. Das ist schon was richtig cooles unten. Den ich benutzen kann damit. Oh, wenn jetzt auch so cool wird, bis jetzt... Gib den wir mal nach oben. So. Hä? Alquimax? Wo? Aber das sieht nicht nach dem echten Alquimax aus. Ja, der ist wie zu klein. Oha! Oha! Okay, ich bin draufgegangen. Big Magie. Oha! Der hat ein Schmerz fallen lassen. Warte, ich komme, ich komme, ich komme! Ich komme! Wenn ich das gedrückt halte, dann scheint der... Warte, bleib mal hinter mir, geh mal um die Ecke so. Probier das mal. Kriegst du Schaden? Wow! Nee, aber du kriegst gerade alle an. Kann das sein? Ja, ich habe alle an. Ach, das connectet so, ne? Aber hier ist ein Schmerz für dich. Ja. Boah, das ist hier dieses Diamants-Packtrite-Schwert. Okay. Darf ich ein bisschen schild... Ich sehe gerade gar nichts. Warte. Alles gut. Alles gut. Passiert nichts. Aber das... Wofür, du kriegst das hin! Das ist richtig cool, dass du halt komplett alle treffen kannst. Ja. So, dass du halt connectet. So, und bin du die hinter mir? Ich sehe gerade gar nichts. Bei mir ist alles schwarz. Ja, ich bin hier gerade mit ein paar Equimax beschäftigt. Ja, viel Spaß, weil ich sehe gerade gar nichts, Leute. Bei mir ist alles dunkel. Aber ich kläre das jetzt hier. Hä? Wir sind richtig viele Equimax. Oh! Okay, das... Ähm... Aua! Hilfe! Hilfe! Ich habe drei Herzen! Hilfe! Ich habe drei Herzen! Komm her bitte, Danny! Ja, ich komme ja schon! Ich muss drauf gehen, was? Jetzt sehe ich endlich was, oder? Ja, ich habe dir eingefroren! Ich habe dir eingefroren! Ich bin da! Ich bin da! Ich habe dir eingefroren! Warte, wir haben die erledigt. Wir müssen die gleich mal besiegen, oder? Oder müssen wir die besiegen? Warte, wir haben die besiegen! Man kann die noch raus holen aufs Eis! Ja, okay, nice. Der ist stark. Okay, ist das der Boss? Ich glaube, das ist der echte Aquarium. Boah, der macht Schaden, Buffalo. Aber wir können fliegen, vergiss nicht, wir können fliegen. Stimmt, warte, ich kann auch mit meinem Topwatch da einen Freund beholen, ich kunde einen Freund. Okay, ja. Ja, los, mein Freund. Ja, es geht. Los. Ich hole mal die Tiche heraus. Ja, lass uns mal die hier. Oh Gott, die gehen drauf, weil die eingefroren sind. Guck mal, geht der nicht. Okay, der wurde von uns wirklich eliminiert. Guck mal, wie mein Freund und Helfer mir hilft einfach. Okay. Oh, ich habe daraus mit deinem Freund und Helfer besiegt, aber egal, ich fände es jetzt. Nein, nein. Was? Ja, ich habe ihn besiegt, der steht mir voll zu. Hallo? Okay, na gut, ich habe auch... Grün ist grün, das findest du nicht. Hä, findest du nicht, dass der mit dir steht? Ich habe den Tauberstrahl bekommen. Und abgesehen davon ist der grün, das ist meine Farbe. Ja, grün ist meine Farbe, da hast du recht. Wow, warte. Oh Gott, wie hoch dieser Tunnel ist. Ja, es war halt auch ein Loch. Jetzt haben wir nur noch ein Loch. Oh, das sieht immer so cool aus. Ich bin weg. Viel Spaß mit dem Video. Aber willst du mich hier noch in das vierte Loch reingehen? Ja, natürlich. Klar. Die nächste Belohnung, ich hole mir den Ferrari jetzt noch ab, in grün. Ich habe eine Idee. Wenn das funktioniert, wäre richtig cool. Aber jetzt ist es easy cheesy. Easy cheesy lemon squeezy, was geht ab? Wird das wieder erstmal ein Teil? Ja, wer ist das erstmal ein Schatz, wenn ich das Spiel? Okay. Ich kann mal sparen. Ich mache was? Gucken, ob das funktioniert. Wow, was machst du? Wow, du machst den ganzen Sand zu Schnee. Ich wollte dich einfrieren. Gucken, ob ich dann gewinne. Oha, du schlechter Verlierer. Oha, ich bin eingefroren. Ich habe Frostbiss 3. Ich bin so voll langsam jetzt. Ja, dann gewinne ich. Noch drei Sekunden habe ich das. Okay, dann bin ich wieder normal. Komm schon, wo ist der Schatz? Hallo? Wo ist denn der Schatz? Schade. Ich bin den Schatz nicht. Ich muss leise sein. Denny, lass mich einfach an. Ah! Hey, ich weiß, dass er hier. Geh weg! Meiner! Wow, hast mich gerade angegriffen. Deinen besten Freund. Hallo? Das ist meins. Geh weg da. Kannst du das überhaupt abbauen? Ja, das dauert lange. Deswegen wollte ich dir nichts sagen. Aua! Durchsummierte P's. Ah! Mist! Hab ich das schon mal abbauen. Hey, Denny. Was ist? Hey, kann man das überhaupt abbauen? Boah, du bist so eine Ratte. Oh mein Gott! Ja, ich hab's bekommen. Oh mein Gott! Ja! Oh Mann, damit ich rechnen müssen. Ja, 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 ich hab den Klob bekommen, Leute. Ich habe den Schatz gefunden von Easy Cheesy. Aber Leute, schreibt mir in den Kommentaren, welches Loch ihr am kurzen verhandelt. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal, schreibt mir in den Kommentar, gebt die Videos am Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!